Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gone Home und wir gucken uns jetzt den neuen Secret Room an, den wir da gerade entdeckt haben. Dieser Kühltrank hier, nee. Aber irgendwas war noch verschlossen, wo wir noch einen Schlüssel, einen Code brauchen. Achso, hier. What the fuck? The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Ah, genau. So, wir haben jetzt den Dachbodenschlüssel. Ey, dieses Knarren. Das macht mich verrückt im Kopf. Der Spind ist offen. Weil hier irgendwas zum Aufschließen? Ich glaube nicht. Nein. Das ist auf jeden Fall das Elternschlafzimmer. Habe ich die Tür hier offen gelassen? Habe ich die Tür hier offen gelassen? Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Ab auf den Dachboden. Ab auf den Dachboden. Da ist ein Schlafplatz. Da ist ein Sitzplatz. Ich liebe dich, Lonnie. Sam, ich werde nie vergessen, dass wir, was wir hatten, bleibt stark. Oh mein Gott. Katie. I fell asleep in the attic. In Lonnie in my old spot. And I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic and she said she couldn't, she couldn't think of anything but me. And us. Yes. And that she couldn't go through with it. With the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive. Until we find somewhere. For us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Okay. Aber schöner Dachboden. Wenn man sich hier häuslich einrichten sollte. Ja. Hier vorne der kleine Wohnbereich. Okay, da sogar der Zockerbereich. Nee, da hinten der Zockerbereich und hier der Schlafbereich. Aber was zum Teufel. mal higher der Gründe. O church. Nee. Gott. Ma. Wir Überall nur Fotopapier. Okay, hier scheint wohl das Ende zu sein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr entschuldig, dass ich da nicht zu sehen, dass ich dich in Person sehen kann. Dass ich dich nicht selbst erzähle, aber ich hoffe, als du diese Journalist lernst, und du denkst, dass du verstehen, warum ich musste, was ich gemacht habe. Ich liebe dich sehr, Katie. I'll see you again, someday. Love, Sam. Ja, das war's dann mit der Liebesgeschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag. Bye, bye.